Hallo Leute, hier sind wieder mehr Christus2050 und war Rune. Servus. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server und wollen heute dann mal in den Neta gehen. Yo yo yo. Ich war letzt mal schon dort. Ich hab ja den Weg wohl fertig gebaut. Ich geh mal vor, weil du hast ja Probleme mit den Dingern da. Geh vor, du hast Probleme mit den Dingern. Und du? Dich wollen die Viecher ja kloppen. So, kannst du mal rüber gucken? Mhm. Ja, sieht schon wesentlich weiter ausgebaut aus. Also, ausgebaut ist ganz. Ich hab ein paar Fackeln schon gesetzt. Äh, ich futter mal noch schnell. Dann fällt zwar die Decke auf den Kopf, aber ansonsten... Ist egal. Warte, warte, warte. Okay, sie machen hier wirklich nichts mehr. Aber ich dachte, äh, sie hauen dich. Schön. Oh, da ist gleich... Da ist gleich ein... Ich renne ein bisschen vor mich hin. Ich hätte irgendwie Fire Protection holen sollen. Äh, ich hab hier, äh, Instant Healing. Äh, ne, Fire Protection. Auf der Rüstung? Nein, ein Drink. Ein Drunk. Ein Drunk. Ein Drunk. Hast du mehr davon? Nein, ich hatte nur einen. Da hat man nur einen davon. Verdammt, äh, lass ich mal vor. Aha, das macht man nicht. Ich krieg nämlich mehr Nut. Ah? Ich krieg nämlich mehr Nut. Ach du. Kann man abbrennen, Jör, ne? Mhm. Abbrennen geht. Oha, fuck. Hast du vorgerannt? Wo bist du hin? Hier, hier, hier. Ah, du bist vorgerannt. Vielleicht wöberst du uns weg. Oh nein! Boah, Alter! Boah, da ist einer neben mir gespawn. Scheiß die Wand an. Und ich hab jetzt keine Rüstung mehr. Verdammt. Äh, leuchte mal aus, leuchte mal aus. Gut, dass die haben nichts tun. Ich muss erstmal was essen. Ich bin hungrig und heile schon gar nicht mehr. Ich hoffe, du kannst es ausleuchten. Äh, was heißt ausleuchten? Das brauchen doch immer noch Viecher, wenn du ausleuchtest. Nein, 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 nein. Siehst du doch, oder? Also hier steht ein Wither-Scalator direkt vor mir. Ne, das ist vielleicht noch da. Ich komm wieder. 100 Meter. Ein komprimierter Zombie-Pigman. Wir wissen ja schon, dass das 8 in einem sind. Nein! What? Mann! Ja, Wortwahl, Wortwahl. Egal. Oh, wieso ist der Blaze da hinten gespawned? Der sollte doch eigentlich weg sein. Fägen wir mein Bett jetzt mal direkt ans Metaportal kurz. Äh, aber nicht unser allgemeines Bett, oder doch? Ne, das, was ich beim Ding hatte. Oh, ich bin in der Wand gespawnt. Scheiße! Im Close-Down bin ich gespawnt. Ach, das ist ja Kacke. Du musst mir ja jetzt helfen. Du musst zurückkommen. Sonst komm ich an meinen Staff nicht mehr an. Ja, hier hätten ruhig Treppen sein können. Warum? Kommen sie sich an das Zeug ran? Oh, das ist noch ein Hundchen. Hundchen tot. Ja, bis hier dahin ist kein Problem. Erst da hinten. Ja, ja, hier war das Hundchen. Hm. Kann aber jetzt die Pigment besser auch nicht. Naja, halt gut. Hm. Das sind echt viele. Achtung, ich hab meinen Bogen. Ja, kein Problem. Ich bin geheilt. Also kommen echt viele Gegner und es sieht sehr seltsam aus, dass das alles in Ruhr im Nichts endet. Gut, dass ich wieder an den Rand gekommen bin. Ohne irgendwelche krassen Cheat-Sachen ist das echt schwierig. So. Alles so sorry. Nicht schlimm, nicht schlimm, solange mich hier nicht tot wird das. Ich hab dann drei Blaze Rots, ist doch mal was. Und ich weiß nicht, wieviel ich schon hatte. Nicht vor meinem Bogen reden. Ja, das ist kein Grund, mich direkt... Ojojojojojoj, das sind verdammt viele Blaze. Da brennst du. Welcher Bixer war das von denen? Äh, sorry. Piep. Hehehehe. Das hört mich ein bisschen an wie eine South Park Folge, wo sie den Trara Aufstand machen, dass irgendjemand in der Fernsehsendung Scheiße sagt. Und dann breitet sich das aus und wir machen die Rekorde in Folgen, wo es dann keine Ahnung 200 Mal gesagt wird. Wow. So, ich renn mal rechts, rechts. Ich bleibe auf der rechten Seite. Ja. Warte, sind das viele, ne? Ich komm wieder. Ja, da links oben ist das vorne. Komm hier. Boah, er ist unten, sehr schön. Ich hab das Gefühl, während man am Anfang gar nicht so hungrig sein soll, wie du behauptet hast, dann ist man später unglaublich hungrig. So, aufgepasst. Den hab ich nicht gehauen. Holla. Bitte sag, ich hab nicht den Zombie-Pickman getroffen. Oh, ha, gut. Geh mal links hoch und mach mal irgendwie... Oh, fuck. Hab nichts zu essen. Ich dachte, du hast dein Zeug. Äh, wieso ist schon wieder ein Grabstein hier? Das ist noch mein alter Grabstein, der erste. Ah. Ja. Heute mal richtig Action geladen, die Folge, mit vielen Toten. Ich brauch was zu essen. Kannst du mir was bringen? Ja. Mit ein paar Karäutchen. Ja, aber ein paar viele. Sollten reichen, um die ein paar mal zu machen. Keine Sorge. Boah, wenn die nicht so weit weg fliegen würden von der Verfestung. Sonst habe ich immer das gespielt... äh, das gespielt. Das Gefühl, dass in diesem Spiel einfach zu wenig Blazes sind. Irgendwie das Gefühl, es sind gerade zu viele. Boah, ey. Oh Gott, jetzt bin ich gewittert. Wie viele Herzen habe ich noch ein halbes? Ne, vier. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, komm zurück. Einmal. Ja, ein Witter-Skeleton-Schädel. Hast du rechts und vorne weggemacht? Nein. Sollte ich... Warum kommt da ein Pigment? Aber ich muss die Pigments hauen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen hier keinen Spawner. Die spawnen auch so. Jetzt echt die Pigmen hauen. Die haben mich gehauen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat sie in Zeit verflogen. Ich gehe mal ein bisschen ausleuchten. Wo ist mein... wo ist mein... Der ist direkt um die Ecke. An der Kreuzung um die Ecke drumherum. Dürfte für dich schwer zu sehen sein, ist aber so... Ich habe ihn gerade eben gesehen. Ich gehe einfach von aus, dass mein, 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 das Grabstein ist. Achtung, ich habe Post... äh, Quatsch, Post. Gesellschaft. Wow! Was zur Hölle? Du hast mich aus Jux angeschossen, oder? Nein, nein, nein. Im Moment ziehe ich gut. Lass mich mal die Blaze töten. Wie gesagt. Ich mehr Lot. Komm. Irgendwie hänge ich in dem. Passiert nichts. Uh, zurückkommen. Schnell zurückkommen. Oh, ja klar. Jetzt habe ich gerade meinen Loot wieder geholt. Was soll denn das? What? Nooo! Nein! Oh, jetzt bin ich nervöser auf mich. Ich weiß nicht nur warum. Oh, jetzt bin ich umgespawnt. Was soll denn das? Ich muss da mein Bett unten stehen. Jetzt habe ich gerade mein... Du musst deine Sachen sammeln. Die haben mich da rumgelegen. Wir sind plötzlich ziemlich viele. Ja, ich war nicht fertig. Ich glaube, nach dem Tod sind die nicht mehr böse auf einen. Und tschüss. Oh, fuck, Alter. Das gibt's nicht. Ich war da eigentlich gut equipt. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich in den Looting-Bags... Oh nein, der ist eine Spinne. Wir haben so wahnsinnig viele Looting-Bags gehabt. Sind da drin ertrunken und wussten nicht, was man mit dem Mist machen soll. Wir haben sie jetzt einfach zu Legendary Looting-Bags zusammengefügt. Und in denen hatte ich das Glück, eine mit Diamant-Rüstung zu finden. Ich glaube, auch der Mann Schuhe oder so. Halbes Herz und ich habe ein Ei aus dem Looting-Bag. Das kann mir gerade das Leben wetten. Ich brauche wieder was zu futtern. Oh Mann. Immer weniger, das du kriegst, jedes Mal. Könnt ihr aber eine Rüstung geben, oder? Hier, guck mal. Ja, das ist meine. Da habe ich ja nichts für. Die lag da hinten rum. Ja, ich konnte nicht alles aufsammeln. Ich habe da nichts angerührt. Siehst du hier, spawnt gerade nichts mehr. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich dachte schon. Achtung. Ja, wir sollten rechts den Spawner weg machen. Der Spawner ist bereits festlich beleuchtet. Am Spawner selber kommt deswegen nichts mehr. Jedenfalls nicht vom Spawner. Doch, doch, doch. Weil Licht macht denen ja nichts aus. Glaube ich. Doch, doch. So. Die spawnen nicht, wenn es eine gewisse Helligkeit drum herum hat. Siehst du, die kommt von außen. Da. Der kommt von unten hoch geflogen. Ja, der ist gerade runter. Oh, ich habe so viel Scheiß hier drin. Ich bin auch fast voll. Hier ist noch deine Hose und dein Bogen. Komm mal schnell her. Achter, ich muss Platz machen. Ich kann dir halt nicht sagen, wann es weg geht. So lange ist es noch nicht her. Das gibt es noch nicht. So, goldene Schwerter, die kaputt sind. Brauchen wir keine. Achtung. Ich höre es bloß. Ja, ja. Egal, warum wollten wir eigentlich hier? Blazrods, oder? Ich habe zwei. Wo ist mein Schwert? Ich habe 24. Das ist gut, das werden einige Ender Chests. Ah, wir wollten noch von den komischen Steinen mitnehmen. Wie wäre es mit ein paar Nether Bricks? Ja, aber wo soll ich denn die abbauen? Ich mache das. Ich hoffe es jedenfalls. Oh. Alles Gute kommt von oben. Ach, da ist ein Blaze. Oh, toll. Der wird jetzt angesteckt. Das ist nicht gut. Ah, nein. Nicht das Kackbuch lesen. Oh, jetzt darf ich dich protecten, oder wie? Du hast gerade gesehen, wie ich meinen Health Trunk gesoffen habe. Äh, Health... Mein Lebenselixieren. Ich war eigentlich praktisch fertig. Papite, Fete... Ach, ja, Buch da. Pfiii... Ja, ich habe es noch hinbekommen, nicht ausfällig zu werden. Es war knapp. Also ich bin in Richtung Treppe. Ich hab auch Hunger, jetzt brauch ich was zu essen. Oh, hier ist alles voller Höllenwölfe, ne? Dann komm ich. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben, das sind irgendwie vier oder fünf Stück. Warte noch bevor du durchgehst. Ich komm jetzt nochmal da durch, bevor du sagst, es ist ruhig. Du könntest auch hier aufräumen, hier sind auch zwei, drei Stück. Vier. Vier in der Basis. Hier wollen wir was zu essen organisieren. Ja, da sind zwei mir durchgekommen, weil hier waren nur noch zwei. Ja, da sind vier in der Basis. Kuchen. Er hat den Kuchen auf den Tambors gestellt, das kann auch nur du gewesen sein. Nein, 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 nein. Scheiße. Wenigstens bin ich in der Basis gestorben. Aber das ist doch kacke, ist doch das. Was können wir denn machen gegen die scheiß Zombies? Hast du ein Schwert? Nö, du? Nö. Oh, da tut ganz schön weh, wenn man keine Rüstung anhat. Hilfe! Ich bin da deinem blöden Bett hängen geblieben. Du hast mir grad schon auf... Du hast das Tor aufgemacht. Das ist einfach im Bett, wenn ihr das kommt bestellt und ich bin nicht mehr weggekommen. Steht da mal ein Bett. Warum haben wir uns eigentlich... Warum hab ich mir noch längst keine DIA Rüstung gemacht? Was soll denn der Scheiß? Bin ich doof? Wir haben so viele DIAs. Bringt auch nix. Natürlich bringt das was. Ein bisschen. Da brennt halt trotzdem ab. Na, eine volle Rüstung bringt schon ein bisschen was. Nimm dir ein Schwert und klopft mich vor. Komm, ich glaub die Folge haben wir schon dreimal überzogen. Na, jetzt sind wir bei 14 Minuten. Ich hab ein DIA Schwert, komm. Ein full DIA. Na, der macht nur noch ein halbes Herz Schaden. Oh, das war dein Grabstein. Mach nix, du hast jetzt mein Essen. Ja, hier. Schau mal. Ach scheiße, jetzt hab ich Diamanten hier noch. Ist das mein Zeug gewesen? Ne, das war meins. Sieh trotzdem mal deine Schuhe an. Ich hab doch voll DIA. Brauch ich doch keine anderen Schuhe. Ja, deswegen zieh ich deine Schuhe an. Ach so, warte, dann geb ich dir noch ein Rest von anderes Zeug. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Warte bitte. Hier. Dann hast du wenigstens eine volle Eisenrüstung. Ja, schön. Ja, go, go. Du hast doch ein Schwert. Ja, ich muss die Diamanten zurücklegen, sonst verlieren wir 40 Diamanten. Ja, ich dachte nicht, dass du alle mitgenommen hast. Du hast so viel mitgenommen, wie du brauchst für die dumme Rüstung. Da kommt ja immer ein Stack. Da kommt ja immer ein Stack drauf. Cool, wir haben schon drei Stacks. Hm, sind wieder falsch abgebogen mit deinem Labyrinth hier. Hier, warte mal, warte, warte. Hier, isst du dir Goldapfel. Ja. Und dann? Zwei Minuten, äh, Extraherzen. Zwei Extraherzen. Uh, ja, und zwei Minuten lang. Oh, au, 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 au. Regeneration ab. Boah, scheiße, sorry. Als letztes hab ich dich gehauen. Ja, ich dich. Absorption? Na immerhin. Was ist hier? Junkfehler? Ja. Boah, vor allem müssen wir uns jetzt voll durchhauen. Auch durch die Pickening. Geht hier rechts. Bleibt hier links. Bleibt hier links. Okay, ich bin links. Yes, das ist letztlich alles durch die Gegend hier. Sag mal, es ist mir hier. Warum lebt der immer noch? What? Nooo! Warum hat der immer noch gelebt? Das war ein vampirischer Zombie-Pigman. Das war ein Special-Mob. Och, fick dich. Och nee, und jetzt sind sie hier draußen auch schon wieder. Tut mir leid, ich plündere dich jetzt. Naja, ich komm. Ach du Scheiße, was hast du alles dabei? Ja, sag ich doch. Aber gerade sind sie nicht böse auf mich. Scheint wirklich, wenn man gestorben ist, dann ist es denen egal. Du, du hast so viel Schamas dabei. So viel Steinkram. Gib mir meine Rüstung. Ja klar, du hast mir meine Rüstung. Hey, das war meine Dir-Rüstung. Ja, es war deine Rüstung, wie du gesagt hast. Willst du mal einen Bogen oder soll ich die wegwerfen? Nein. Ja, du hast den Sonderbogen, dann schmeiß ich die anderen Bogen weg. Gib mir das Zeug. Gib mir den Bogen. Und warte, kriege ich auch noch die Ludi. Gib mir Essen. Habe ich keins. Hä? Wo ist das ganze Essen hin? Ja doch, ich habe Karotten, sorry. Habe ich übersehen. Ne, Karotten brauche ich nicht. Sooo. Ach, schön. Jetzt sind alle Pigmen auf mich böse. Dazu vorlaufen. Jetzt werden wir den Pigmen rumergern. Warum hast du hier ein Loch durchgebuddelt? Na gut, ich bin die Scheißzeuge drauf. Hast du alle kompriniert getötet? F*** euch, geh weg, geh weg. Hast du einen komprinierten Legends getötet? Keine Ahnung. Ich warsch jetzt hier einfach durch. So heiß bin ich gleich wieder tot. What? Nooo! Wo soll denn die Folge enden eigentlich? Ja, wenn wir unsere Sachen wieder haben. Ja, haben irgendwelche Sachen noch gefehlt? Ja, so alles. Also mein Grabstein ist hier hinten. Oh, lass mich doch in Ruhe mit deinem verpiepten Feuerschaden. Ich würde sagen, wir machen das die nächste Folge nochmal. Ich bin bei meinem Zeug angekommen. Ich nehme das jetzt mit und komme nach Hause. Okay. Vorher entsorge ich mir noch irgendwelchen Scheiß, den ich nicht brauche. Es tut mir leid. Leitern, Cobblestone, Stöckchen, Gehirn, Fleisch, Schwefel, Cobblestone, Goldschwert. Das war die Folge, in der war 150.000 Mal gestorben ist. Ja. So. Äh, ja. Ich hab so viel Krams dabei. Jetzt kommt ja wieder so nochmal Zombie-Pigmin. Was machen wir denn weg? Oh, ich hab keine Ahnung. Blöde Sattel. Ganz viele Heil-Potions. Eisenhelm. Fleisch. Hier ist Eisenzeug, kannst du ja auch alles wegkloppen. Schwefel, Pfeile, Zombie-Gehirn, Kopf, noch mehr Köpfe, Schatz, so viel Kram. Okay, ich hab meinen Schamas gesammelt. Wenn wir den Leder nicht nochmal laden, ist ja egal. Denkst du? Ich hoffe, du hast... Nee, der lädt sich nicht, meine ich. Dann können wir ja dahinten das nochmal sammeln. So war das gemeint. Ich hoffe, dass es so ist. Äh... Also ich sag euch eins, ich mach mir jetzt hier eine Full-Deal-Rüstung mit allen möglichen Scheiß-Verzauberungen. Und dann kick ich den allem in Hintern. Das sagt euch. Mach keinen Bock mehr. Ich hab unsere Blaze-Words zurückgebracht und ich hab die Nether-Bricks dabei. Außerdem die Diamants-Sachen, die ich hatte. Schwert-Pick-Axe und Äxte. Sehr schön, ich hab allen wichtigen Krams dabei. So, bin unterwegs nach Hause. So. Der Raum hier ist frei. Ich mach mal die Todes-Punkte weg. Äh, tschüss und tschüss und weg. Dann geb ich dir noch deinen Krams und dann sind wir fertig, oder? Ja. Puh! Adrenalin! Auch niemand... Das geht mit scheiß Efficiency-Büchern. Wie bitte? Ich reg mich über die Bücher auf. So. Hier, guck mal. Du kriegst ein bisschen von deinem Schammerz. Rüstung, Rüstung. Dein Achser... Axt... Pfeile. Was ist denn noch? Deine Spitzhacke. Ich glaub das war's. Hier sind noch ein paar Heiltränke, aber ich glaub das ist egal. Fleisch ist bestimmt für dir hier. Steak. Mehr nicht? Wie nämlich? Mehr nicht? Wo ist mein ganzes anderes Zeug? Mein Inventar war voll? Ja, lauter Schammerz halt. Äh, mein Schwert. Mein Bogen. Hab ich nicht? Hm. Der Mann Schwert hab ich noch. Nee, hat er nicht. Langsam, 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 äh, was zu essen. Das Buch. Hier oben kannst du mal in die Kiste gucken, was da alles so drin ist. Tada! Das war's aber schon. Hinter dir. Geh hinter mir. Jetzt übermütig. Ich geh grad noch schnell den restlichen Kram sammeln, der irgendwie so da rumliegt. Das Essen hab ich gut. Ach, ich hätt den Heiltrank nicht alles da lassen, sollte er da vielleicht einen mitnehmen. Zu spät. Ein Wolf. Hier sind aber echt verdammt viele Monster. Du lässt mich in Ruhe? Oh, sehr schön. Oh je. Mein Schwert ist gerade aufgelavelt worden. So, Schotten ist 3, haben wir schon mal. Oh, nee, ein komprimierter Place, den lasse ich in Ruhe. Hier ist noch ein Grabstein von dir. Ja, egal. Machen weg oder lass es. Okay, das ist eine einfache Anweisung. Entweder oder. Lauf doch! Lauf, Männchen! Lauf, Männchen! Keine Bücher mehr. Doch, danke. Krabstein kann ich stehen lassen. Der wird ja wohl hoffentlich noch später da sein. Ja. Ey, sind schon wieder zwei Blazes vorne auf dem Weg. Drei, vier. Okay, ich sterbe wieder. Das gibt's doch nicht. Wie können die denn so schnell spawnen? Und warum kann ich nicht rennen? Boah. Ja, ist das Glück gehabt. Ich komme. Ich habe keinen Bock mehr. Und einen Höllenhund. Das ist wirklich übel hier mit den Zombies. Wahrscheinlich spawnen nachher einfach alle in dem bisschen Gang, das du gebaut hast, während die sich sonst auf die ganze Karte verteilen würden. Schätze ich mal. Ich glaube, das müsste gleich sein. Ich sortiere mal gerade noch ein paar Bücher aus. So, jetzt haben wir die Folge wahrscheinlich schon ewig überzogen. Ich mache jetzt Garagentor zu. Dein Grabstein ist halt noch drüben, aber der ist ja wenigstens sicher. Der kann ja nicht spawnen. Wahrscheinlich ist da dein Bogen und der kann's Krams drin. Naja, vielleicht. Also, die Kiste rechts ist für verzauberte Bücher und Zeug. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War für wenig erfolgreich bei mir. Nee. Und nervt ein bisschen. Die 1000 Tode, das war Una. So ungefähr. Ja. So. Macht's gut, Leute. Tschüss, Varuna. Bis demnächst. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.